ja liebe leute herzlich willkommen mann ihr seht richtig es geht weiter mit far cry irgendwann haben wir mal abgebrochen und dann dachte ich mir starten wir mal neu und machen dann immer mal weiter weil die kampagne eigentlich wirklich ganz cool war und wie ihr seht haben wir unsere kleine helferin und da haben wir noch jemanden du kannst dich aber gerne mal vorstellen einen wunderschönen guten tag zusammen ja ich bin der bernie marx ich helfe kevin heute ein bisschen und ja nicht nur heute sondern ja auch während der kompletten kampagne würde ich mal so weit sagen genau wir machen das ganze im koop ich hatte mir ich weiß dass der bürger spiel hat man einfach mal nachgefahren erhältst du nicht bock um das play weiterzumachen und wir haben gesagt natürlich klar helfe ich dir und ja herzlich willkommen zurück ja kurze anmerkung auch zu den upload zeiten und zwar wird dieses spiel um 20 uhr hochgeladen stand jetzt auch erst mal von montag bis sonntag montag bis samstag natürlich und ja sonntags fällt ja aus wegen formel 1 live stream und alles drum und dran und das machen wir bis einschließlich dem 9 dritten dann ist samt das ist ein samstag dann geht es sonntag wieder um 20 uhr und montag ebenfalls um 20 45 mit der montagsliga weiter und dann starten wir dann erst am dienstag und dann alle zwei wochen genauso also einmal sechs folgen in der woche und einmal fünf folgen der woche kompliziert aber aber ihr werkt das auf jeden fall auch genau wir machen mal weiter mit den missionen da waren noch zwei leute das heißt wir machen wir quatschen mal mit dem mädel hier ich habe versucht dich zu erreichen ich habe eine aufgabe für dich ist du dich ans grand hotel rex loch aus dem wir dich geholt haben nein du musst wieder hin jacob hat sich ein weiter namens briggs geschnappt und versucht ihm das hirn weich zu kochen so wie dir er hofft wohl dass briggs die wolf stand verrät keine gute idee so gut wie nicht okay wir haben eine mission muss ich jetzt auch mit dem quatschen gehen oder der aber ich gucke gerade dass ich mit dem hier mal noch gequatscht bekomme es war einfach nicht dasselbe ohne dich hier habe gehört dass tamis plan funktioniert hat danke dass du den funk entstört hast jetzt können wir die leute koordinieren und was noch wichtiger ist endlich gute musik in die berge senden leider kann ich hier nur vinyl abspielen deswegen ist die auswahl momentan ein bisschen begrenzt aber die leute hier haben einen ziemlich guten geschmack falls du über ein paar alben stolperst bringen sie mir vorbei ja bist du können mission aber die brauchen wir tatsächlich jetzt erstmal nicht das ist jetzt erstmal keine präumission sammeln den ersten hast du gerade was abgegeben 1 und 2 gerade der 1 und 2 erstersatz plattenkisten aber das ist unsere aufgabe so jetzt müssen wir gucken dass wir hier mal wieder rauskommen bist du ein zielpunkt gerade irgendwie ich hoffe gerade ein bisschen sinnlos durch die gegend verwirrt aber das liegt auch daran dass ich schon sehr lange raus bin aus diesem spiel so was ist es mit dir ach du bist der typ aus dem ich vermute dass es hier raus geht ja und wir sind wieder an der welt von far cry haben wir genau und müssen wir doch hoffentlich mein zielpunkt haben weil die beiden die typen da ist unsere helferin wenn haben wir den was mit dir das ist nett vor allem sind wir dann nicht zu zweit und sogar zu dritt eigentlich auf der welt ja das sind eigentlich nur alles irgendwelche typen klatschnixen radarstation jacobs region ja wie gesagt da sind wir glaube ich ja genau jacobs region da sind wir tatsächlich dran das ist unsere aufgabe die noch fertig zu machen dass wir dennoch offiziell starten wir würden zu störe akustische volksköder was habe ich jetzt echt gesagt nicht die fluss drauf das ist nämlich die müssen wir machen müssen nebenbei was haben wir hier auf der wild jetzt okay das ist die nächste siehst du die gleichen missionen wie ich auf der karte tatsächlich ja ist mission sehe ich ja aber welchen markiert hast sehe ich jetzt nicht ich habe noch gar nichts markiert ich habe mission machen ja die sehe ich alle hier ja kannst du da was markieren wie funktioniert das gerade siehst du das für mich das markiert was hast du denn markiert da wo wir her kamen quasi damit tammy bernis da habe ich wegpunkt gesetzt ja okay dann muss ich gerade gucken wo wir hin müssen das ist unten ja 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 das habe ich doch natürlich gerade angequatscht und ich gucke mal gerade ich konnte sie mal mit der alten der uschi die läuft hier vor uns ich dachte schon du kommst nicht mehr aber der erste freundlich wird diese petze hier war für die sicherheit im chalet verantwortlich zu unserem glück war nicht besonders gut in seinem job und die auserwählten ausgebildet wenn du sie mal in aktion gesehen hast weißt du wie unbarmherzig sie sind hast du eine ahnung womit jacob sie trainieren lässt mit lebendigen zielen das soll ihnen die angst vom ersten mal töten nehmen das ding nicht auf mich meister klopfte an lass mich das loswerden ok diese arschlöcher achten kein leben das nicht in ihrer sekte ist und sie müssen erledigt werden wie die hunde die sie sind also gehst du zum chalet tötest jeden auserwählten den du siehst und legst überall in dem gebäude sprengstoff und dann sehen wir zu wie das ganze verdammte drecksting zu einem glühenden ascherhaufen wird das klingt gut gut geil gut räumungsbefehl haben wir dann machen wir das nochmal verfolgen dann haben wir zumindest einen zielpunkt Frage kannst du fliegen ja ein bisschen okay antwort weil da hinten wäre ein heli ansonsten müssen wir zu laufen den kilometer jetzt ein bisschen laufen fliegen dann laufen wir mal hin okay da können wir ein bisschen einsammeln rückspflanzen ja genau gucken wir mal was hier noch ein bisschen an zeugs rumliegt und alles drum und draus kann immer was ist er schickt hier weil sie will weil sie wenn die fische ja tun sie wenn ich hier provoziert werden dass sie dich dann irgendwie an die spüren und weil unsere kleine helferin ist gerade mal vorbeigelaufen dass ich wurde schon ein bisschen aggro ja wie gesagt heute muss man fest die nächste mission haben wir ja gerade mitbekommen was wir da machen wollen wir sollen alle typen auf jeden fall umlegen und Sprengstoff legen ja das ist unsere aufgabe so lange lange wieder dabei ich weiß übrigens tatsächlich nicht auf welchem stand wir sind vor der letzten mission her das ist so dass ich es kann ich ja auch wenn ich euch hier hochgeladen halbe jahr ja wir haben ja ja der geht auch auf uns ja hier aber was 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 ja als einer mit brandfeilen unterwegs unsere kleine kollegen ist der typ ich will ja ja ich will die kleine hier am kurz weil sonst geht die mir nämlich weg das ist das flugzeug das ist feuer macht nee das war der typ mit dem brandpfeiler das flugzeug das wollte ich gerade eben deswegen sage ich gerade kümmerlich habe ich gemacht habe ich getan da ist wieder aber ich habe zivilisten gerettet wir gehen allerdings zu seiner patzer hat ja meine patzer faust oder so ja wenn ich falle wo hauen jetzt also das ist auf jeden fall dass da kommt was auf auto auf dem auto ja auch hat keiner hat keine hat keine panzer fast ich habe auch nur eine handfeuerwaffe allerdings ja ich auch das habe ich irgendwie nicht gesehen gerade was da gab ja wir sollten dringend mal weitergehen ja ja jetzt ewig ja auf zu die ganze zeit zu warten aber ich kenne das war wir waren und verpissen ja wenn ich ehrlich bin habe ich jetzt auch keine lust da jetzt ewig drei tage mich darum das wahrscheinlich eh nicht ja ja die ist tot ich bin eigentlich hinter dir ich wollte gerade holen und sie ist ja leider mir verreckt das dauert jetzt der weile bis sie wieder verfügbar ist das hatte ich nämlich unglaublich schon mal richtig im kopf aber ja das flugzeug wieder das war kein feind der hätte es das feld das mal rausholen müssen zu markieren dann siehst du ja ja okay hätte ich wirklich machen können ja ich habe mich jetzt irgendwann einfach geholt ja da irgendwie umstand der weile nervt mich das ding wirklich ja sich kontakt verloren und wolf oder so pass auf wo 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 da unten links von mir ist so ein hund okay alles gut okay er ist weg also der flieger ist weg der ist kein der ist der es war nicht der hund es war nur das fiech was der da angemeldet hat alles gut der hund ist also die panzer faust aber die füge die körper plündern nein aber ich bin ja nicht meine eigenen leute nee das ist das vielfraß was hier am boden liegt das kannst du plündern das vielfraß was der hund getötet hat ach so ja ich bin eigentlich jetzt gerade ein paar meter weitergegangen ja jetzt für die waffe für die hauptfeuerwaffe ja gut wir haben noch vier meter jetzt 400 nehmt 1000 ja aber du sagst es wir haben noch vier meter ich habe gerade gesagt wir haben nur noch 400 meter ach so ich habe hier das klar so wenig mal nicht jetzt irgendwie weiter ich musste mich im weg finden hoch ja ich nur noch position vor allen dingen dringend ich wurde waffe achtung ja 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 das schön markieren dann sieht man das wesens abseh 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 absehbe und ich nehme die waffe immer von denen da hinten ist action die straße und das ist einander aber wir müssen dann ziehen wir uns da mal komplett raus wenn ich ja nicht bin warte mal wie kann ich noch mal jess holen weil ich will die ja im moment warte mal start der ich will sie nur wiederholen der verpiss ich okay kann ja eigentlich wenn ich hier rechts in der hütte wir sind also ein paar autos ja das war nur ein paar autos das sind zivilisten kurz oder der fahrung ja genau das war und das meine ich man ist nicht immer nur unterwegs zu mission man kann auch ein bisschen man macht auch ein bisschen zeug ja es kommt immer mal wieder dazwischen das liebe ich haben solchen opfern wird spielen auf jeden fall weil einmal immer wieder geht es glaube ich jetzt leute ein alarm alarm schlagen ja ja der geht hilfe holen deswegen wie gesagt das nehme ich ja nur wo ich will man kann eigentlich immer mal wieder wissen das war bei spider-man schon so ich weiß ich habe den typen er war hier auch wir hatten schon helfe hilfe der war hier wo wir geld der fall ist der feindlich dahinten unter der brücke an der brücke er ist es nicht einer von uns noch dann für uns einmal der weiße da hinten nicht da hätten sogar mehr ja ja 100 beide tot es noch etwas zum kindern ja 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 dann lager die trocken ich hab das extra brauche ich nicht blüht nein in den rucksack mal nitro habe selber ist klar das kann man zum beispiel mal für irgendwelche auto da geht er kommen achtung noch einen auf dem quad und das ist auch was das war unser nein doch der war zeit markiert der fein stand dahinter ach scheiße müsste schon das immer oder ja kommen wir mal weiter links von uns immer noch glaube ich der flieger ist das wieder aber wir haben hilfe der ist aber eigentlich gerade geschäftig anders die alte hat er nämlich in der auto vorsicht das ist auto im auto sein ja da sind aber zielisten und ich habe einen retten er kriegt man auch die bühne ja gut das stimmt das haben wir gerade gesehen passiert brandfalle dabei das ist sie ja sie hat vor den 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 deals in brand gesetzt glaube ich ja da ist sie da aber irgendwo gerade action ist denn da unten noch im mund zu spüren hier ja ist ein fein ich habe mich aber der technik kann ich nicht sagen also wir haben wir gerade mega ex keine zeit habe wieso schenkst du mich in flammen bitte dich töten sie ist sehr wertvoll die ist wertvoll weil die genau mit meiner taktik spielt das ist einer von uns das ist einer von uns es kommt da jetzt ist ein feind da da hinten noch aber wenn wir jetzt noch weiter dahin rennen kommen niemals da an wo wir ihn wohl eigentlich kommen wir eh nicht da sind noch zwei feinde dieses flugzeug das ist das was im auto das ist auch einer von uns immer noch ja ich habe ich den gerade nicht angegriffen das ist einfach jetzt blöd da ewig drei tage rumzustehen weil das stimme ist man kann sich ja lange mit dem angeln beschäftigen und tiere jagen kann sich mit einem möglichen kram ja ja schriftlich aber ich glaube die mission die werden wir gar nicht mehr dieser folge der folge anfangen wenn ich bin das lohnt sich fast gar nicht mehr okay und mal so ein bisschen gerade auf die zeit gucken ich glaube wir gehen es doch dahin ja dann mache ich hier mal ein break dann machen wir der nächsten folge da mit der vision wieder gehen wir einfach noch ein bisschen zeug gemacht haben nebenbei bis durch die gegend gereist sind und hier sind feinde hier können und lager einnehmen hallo was wo hier hier ist ein da ist dara von denen ja stimmt wir wollen können wir das doch einnehmen warte mal wo gucke ich mit der personen hätte kriegen der eine hat immer auch so explodiert das sind feinde weil ich will an wie sie es dauern sie will es gerettet kommen wir sind schon wieder wieder das ordentlich ist ja wieder ein bisschen was 50 erfahrungsbote bekommen ja auch so mehr hier so zoll teilweise machen auch das ist aber wichtig so näher kommen wir dann irgendwann an die möglichkeit john und ein verfolgern ja die vielfalt ist natürlich ziemlich gewaltig ich halte mal von da oben zu kommen ja das hört sich ja auch gerade nicht gut an heute macht ich will das eigentlich ungern jetzt da unten ist das darum will ich gar nicht erst rein jetzt gerade ja weil es will ich in der nächsten folge machen es bringt nichts ja ja der ist moment der ist da oben irgendwo okay dann machen wir das in der nächsten folge würde ich sagen aber ja mich feierabend und dann nehmen wir uns in der nächsten folge wieder morgen nochmal 20 uhr bei 5 und dann ja gucken wir mal weil das da hinten so erwartet ich weiß es nicht ich habe es noch nicht weiter gespielt der bernie ist war schon so schnell und dadurch nicht egal wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dann ciao ja ja